Boah geil Alter, so weit bin ich noch nicht geflogen. Na! Wo bist du? Ich kann ja dich ja nix erfinden. Digga hast du einen Turb eingeschalten oder was ist los? Ich weiß nicht. Servus Freunde des Gepflicken Bikesports. Wir waren gestern im Bikepark Osternoe. Zusammen mit Gerl und Philipp war wieder mal ein richtig crazy und richtig cooler Tag. Jeder hat was Neues gemacht, jeder hat richtig Gummi gegeben. Gerl, Hut ab, du hast dich richtig gut weiterentwickelt. Du kannst echt stolz auf deine Leistung sein. Philipp, du bist wieder mal total eskaliert und total baller baller in der Brände gewesen. So ist richtig. Ich liebe euch dafür Jungs und wir springen auf den Trail. Ja. 1 2 2 3 3 4 4 4 Ich bin noch nie geflogen, Digga! Ich bin voll mit euch mitgefahren, Alter! Nein, ich übertreibe doch nicht! He? Geil! Wo bist du? Ich kann dir ja nix erfinden! Ja! So, fahr in die Neukölln! Fahr doch mal ein wenig zu! Oh, süß! Süß! Ja! 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 Herr Kranzer! Warum auch du bist ein Wecker! Ich finde ihn ja nicht! Bier! Dann,... ... ... ... ... ... ... Das sind schon meine Bremsen, wie ich den dort auch mal gefahren habe. Was? Ja. Echt? Ja. Ich glaube nicht. Doch, den ganz rechts. Echt jetzt? Ja. Oh, du Pisser. Ich habe sogar gesehen. Warte mal, warte mal. Die lassen wir noch vorbei. Ja, das kommt fast auf dem anderen. So, wie geht's Gott? Ja, Mann. Der andere. Dicke, hast du einen Torbein gescheitert oder was ist los? Ich weiß nicht, ich fühl mich hier so wohl. Ich weiß nicht, ich fühl mich hier so wohl. Guck mal. Das ist schon ein Torbein. Das sieht schon aus. Hast du wieder was gemacht? Nein, bei mir ist hier alles gezogen. Richtig, nice. Weil sie scheiße ist von so einem Tor. Hast du deinen Flow gefunden, oder? Hast du deinen Flow gefunden? Ja. Jetzt haust du mir nämlich die ganze Zeit runter. Ich werde jetzt nicht frei gegangen. Was? Halt's mal. Halt's mal. Ich werde jetzt schon hoch. Jetzt komm. Leider? Ja. 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 Wim. Hanf mount Adrian's 하고. Ja. Jol bre doivent sieh! Ja! inum Gee! den Dienen an sich. Ja. Krieg! Hoppa! 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 Wie heißt denn du eigentlich? Justin! Also, Justin! Die zwei Jungs vor mir Das sind die zweiten, die wir erkannt haben mit meinem Kanal in den nächsten Mal im Nachbarn Das ist die zweite Anzeige Drei 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 Alter, bin ich grad schiefgekommen in der Luft, bei dem grad, da bin ich vorhin wo die Auffahrt noch nicht so festgefahren war, so in den Rutschen gekommen ich komm über die Dinger nicht drüber, ich weiß nicht letztes Jahr bin ich da kurz und blieb heute wir können ja doch nicht fahren hier wenn du willst weit auf Gorscht geflogen ich bin am Arsch, ich brauch jetzt Pause erstmal da da und fahr gleich weiter und fahr gleich weiter gleich weiter alles gut, mir zieht es gleich ins Schuhsengel aus aber fahr mal rechts schuhsengel aus schuhsengel aus schuhsengel aus schuhsengel aus schuhsengel aus schuhsengel aus